Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ähm, wir sind stehen geblieben hier im Maschinenraum. Maschine, Min Maschine. So, und im letzten Part, am Ende vom letzten Part, haben wir nochmal... Ach ja, immer diese überlangen Parts. Egal. Ja, wir waren eigentlich auf der Suche nach den Silbersternen, nach den 5 Silbersternen. Aber dann haben wir den Gourmet Luma gesehen, oder beziehungsweise den Vielfraß Luma-Typi. Und ja, dann mussten wir natürlich sofort rein, ne? Äh, in seine... oder dann mussten wir ihn erstmal, äh, versorgen. Ach scheiße, Mann, was ist denn hier nur los? So. Ja, Team Mario, Actionpower, super cool. Zack, bam, bam, bam. So, wollen wir mal hochdüsen. Da da oben ist noch, um links ist noch das Ding von dem, von dem Luma-Typi. Kennen wir ja noch. Ach, ist halt schön. So, hier haben wir nochmal ein paar Sternstaubtypies. Zack. Yeah. So, da drin leuchtet auch was. So, zum Luma-Planeten-Dingsda, also zum Vielfass-Planeten müssen wir nicht, aber wir müssen hier hin. Denn wir sehen, da ist auch noch ein Stern. So, gehen wir einfach ganz chillt hier hin, zack, und dann hier. Yeah. So, zack fallen lassen und... Wuhu. Super cool. So, da... So, da... So, da... So, hier mit dem Leuchtturm können wir mit dem Leuchtturm nix anfangen, aber... Wir haben ja grade auf der Palme noch einen Stern gesehen. Da will uns wohl jemand auf die Pal... Aua! Auf die Palme bringen. Du scheiß Koopa. Ja, ne, du alle Sau. Ihr Bart. Nee, ich möchte aber... Das bohrt er gleich nach. Ich hab gerade gesehen, da ist ne Kiste. Das interessiert mich doch. Komm mal her, Koopa, komm mal her. Hopp. Mann. So. Was zum... Muss ich rausspringen, um das zu kriegen, oder wat? Hä? Was ist denn hier los? Man muss normal sein. Oh, Koopa ramme mich mal. Oh, Arsch. Ist das ein Scheiß? Schon wieder fast tot? Na klar, wegen Sternstopp bin ich jetzt hier. Na, egal. So. So, von hier aus mussten wir jetzt hoch genug kommen. Yeah. Und von hier aus können wir dann hier, zack. Schön. So, dann wollen wir mal hier hin. Und sind wieder am Anfang des Levels. So, da war hier richtig schön auf die Bäume. Mit den ganzen Spinnen. Gruselig. Gruselig, gruselig. Aber egal. Zack. Und wenn wir hier fertig sind auf den Baum, müssen wir nochmal in der Mitte kommen. Aber halt kriegen wir schon alt hin. Zack. Und dann nochmal hier hoch. Ja. Da, 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 da. Yeah. Auf jeden Stern. So, und dann müssen wir nochmal hier hin. Ba-la-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So. Oh, guck mal. Hier ist ja ein Rädchen. Was zum... Mario, auf da. Yeah. Wow. Da müssen wir jetzt rein. Voll geil. Jetzt sind wir hier schon auf so einem idyllischen Inselplaneten. Oh, cool, Mucke. Aua. 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 Badam. Und dann gibt es nur ein Leben dafür. So, egal. Ey, Alter, was los? Aua. Da im Rap-Mod ist ganz schön was los. Ist da irgendwas vorgefallen? Nö. Ja, und da haben wir den 5. Stern, den 5. Silberstern. Und haben den Powerstern geholt. Wirklich toll. Yeah. So, was steht hier? Das zu Hause ist Pinguin Meisters. Achso, du bist der Master of Disaster, oder was? Und dann gehen wir hier rein. Und... Aua. Bang, 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 bang. Und zack, Powerstern ist unser. Wuhu. Ach ja, schön, das freut mich. Das freut mich immer sehr, wenn ich einen Powerstern bekommen habe. Ich weiß auch nicht, Freunde. Es ist einfach... Es ist einfach so cool. So, reichen wir uns der Galaxie. Lasst uns Silberstelle suchen. Alles klar. Und dann sind wir soweit auch... Nein, ich wollte nicht... Nein, ich wollte ja gar nicht. Ich wollte ja gar nicht speichern. Dann sind wir soweit auch fertig. Und können in die nächste Galaxie. Denn hier haben wir ja hier Fahrzeugen, ne? Hier sind wir schon voll cool. Und hier haben wir die Spielzeugschachtel-Galaxie. Alter, richtig krank. Bin ich mal gespannt, was... Was jetzt auf uns zukommt. Stellener Koloss Robo Bowser. Oh nein. Klingt schon wieder so gemein. Soll wird Robo Bowser sein? Ha. So, diese Welt. Voll crazy. Die Mucke. Was sagst du? Na, willkommen. Das ist die Spielzeugschachtel. Und wir kümmern uns um diesen Ort. Okay. Die Mucke ist cool. Oh Mann. Duähnel... wow, titel. Wer bist du denn? Sehr cool, weil so ein Schwerkraftfeld... So, hier kann ich doch bestimmt... Gell, Mann! Zack! Hat mir jetzt gar nicht gebraucht. Boah, was ist das für so ein Laserstrahltypi? Oh, geil, Mann! Lass mal hier! Oder so. So, zack, rauf auf die Schrauber, zack! Yeah! Nein! Wohoho! Wo fliegen wir? Oh, geil! Fett! Wohoho! Was zum? Du willst du Fehler, Mario? Wohoho! Yeah! Woho! 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 Geil, Mann! Woho! 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 Ernst komisch? Yeah! Yeah! Woho! 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 Hm. Was für ein cooles Level. Verpiss dich mit dem Laserstrahl. Voll verarscht. Und sagt Tschüss. Cool. Voll grün gemalt. Und wie ist das ein echt cooles Level. Muss ich sagen. Also bis jetzt gefällt es mir. Voll die Mucke. Ich mache richtig gute Laune. Findet ihr nicht? Oder findet ihr auch? Oder was weiß ich. So, dann hier. Sprungfeder Mario. Wuhuuu. Ist das cool. Also das soll wirklich der Spielzeugbohrer sein. Die Mucke. Ich weiß nicht schon wie er los. Wuhu. 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 Tschung. Yeah. Dann habe ich ja cool abgepasst. Und zack. Öh. Zack. Oh voll fies. Was haben wir denn hier? Ah, cool. Und zack. Es geht weiter. Zack. Und die nächste. Zack. Und zack. Und shift. Bam. Oh, voll die kranke Scheiße. Bam. Oh, verdammt. Ich wollte Feuer, die Scheißviecher. Bam. Yeah. Ja, mit Fliedermäuse. Yeah, voll die Fliedermäuse, die macht. Zack. Arm ab. Oh. Oh, das war klappt. Yeah. Ja, ich bin der Sprungfeder Mario. Oh, du hast keine Chance für mich, du aller Zauber-Typi. Woohoo. Zack. Juhu. Oh, nein. Na klar, ich lande genau dann. Oh, man. Moment mal. Ich kann auch einfach... Ich kann auch einfach hier. Oh. Du-du-du-du-du-du-du. Oh. Einmal rumrennen. Du-du-du-du-du-du-du. Zack. Woohoo. Jetzt geht's los. Bounce. 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 Oh. Nein. Und juhu. Woohoo. Oh, scheiße. Oh, nein. Voll tot. Oh, na. Immerhin geht's hier direkt wieder weiter. Ha. So ein Scheiß, ey. Wir infiltrieren hier voll den Spielzeugroboter. Die sind so eine Ärsche, ey. So eine Ärsche. Zack. Yeah. So, dann gehen wir weiter. Und go. Voll cool man hier, wenn man einfach hier so den ganzen Roboter auseinandernimmt. Und da ist das letzte. Zack. Na. Gleich haben wir's geschafft, Mann. Voll in der Fresse. Mario. Was zum. Wieso ist der Typ da? Aua. Was ist denn hier los? Ich konnte, kam halt irgendwie an hier mit der Störung klar. War gerade sehr, 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 sehr merkwürdig. Und los geht's. Und los geht's. Sternstaub, wo ist der Sternstaub? Warte, zu. Autsch. Oh. Ach, Eva. Bounce. 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 Voll cool, Mann. Tjuhu. Wuhu. Wuhu. Oh, ho, ho, ho. Bam. Oh, scheiße. Da. Habe ich dich voll zugemacht, voll die Gusche zugemacht. Toll, hier komme ich jetzt halt natürlich nur. Ne, 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 ne. Warte mal. Ja, es klappt, es klappt, es klappt. Ja, es klappt. Und zack. Ja, gesiegt. Gesiegt. Bounce. Wuhu. Voll gewonnen, Mann. Voll gewonnen, Mann. Richtig. Geil. Daddaldaldaldaldaldaldald. Ja, Sternacolas Robo-Borsa. Bin ich mal gespannt, was jetzt so... Oh, Alter, fast... Ne, hier habe ich ja doch fast 200 Sternstaub eingesammelt. So, bin ich mal gespannt, was... Was die nächste Aufgabe ist. Da 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 Nein, geht ab Oh voll so'n Herz, auch noch voll so'n Herz Oh ein Stern...Sternenteile müssen wir hier sammeln, okay Oh nein, so fieser Typ Na, Schmerz. Mano, na. Was ist denn das? Was zum... Voll unfair, Alter. Mano. Stirb. Ja, die Gusche, Alter. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich muss mal gucken, wo hier irgendwelche Stellenteile sind. Oh, ja. Oh, hier unten ist nix. Deswegen geh ich jetzt so hier dran hoch. Oh, voll, voll creepy und schön und böse. Na klar, ein fetter Gloomer. Da bist du ja auch. Wie viel willst du denn haben? 50! Ja! Na, das war's. Das war's. Wir machen's voll. Dann wollen wir mal. Die Verwandlung. Oh, du Scheiß. Was ist das denn? Na, egal. Einfach mal rüberdüsen. Na klar. Na klar. Mach Platz, Digga. Mach Platz, Digga. Ach, das war's drauf. Ich tue, als auch ein Horror-Greise rauskriegt. Eine andere Antwort wurde von подобien. Was machst du? Achso, das wollte ich nicht. Und hier gibt's bestimmt auf der anderen Seite auch noch. Nee, gibt's nicht. Dann machen wir den hier. Zack. So. Und da haben wir noch mehr Teile. Zack. Wow. Ah, scheiße. Wow. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Jetzt komme ich nämlich hier raus. Ja, okay. Jetzt habe ich das wieder ausgemacht. Ach, jetzt bin ich hier. Ich will auch hier hin. Nein. Was zum? Nein. So. Da. Da muss ich jetzt erstmal hinkommen. Zack. Nee, da kann ich ja einfach. Ich kann doch einfach. Ich kann doch. Kann ich nicht? Kann ich doch? Weiß nicht. Ich geh jetzt erstmal hier. So. Da 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 da. Ich muss nämlich hier lang. Dann kann ich doch einfach hier unten lang gehen. Das ist cool. Also hört ich mir doch gar keine Umschleinigung machen. So, Freunde. So. Jetzt ist hier noch mit dem improvisierten Gesang-Sum-Sum-Sum-Sum-Sum-Sum-Sum-Sum? denn hier ist auch schon der stern da ist er gibt sich der band jetzt voll cool so meine freunde da haben wir hier den nächsten stern und es ist ja auch schon wieder zeit den part so langsam zu wenden ja umdrehböden des ketten links das cool nee also es war wieder sehr cool ich hoffe euch hat es auch gefallen und im nächsten part machen wir noch weiter mit der spielzeug schachtel galaxie und kommen dann höchstwahrscheinlich aber auch schon ins nächste bursa level wenn alles gut läuft und ja bin gespannt auf die kreaturenfabrik also bis zum nächsten mal ciao